Okay, alles klar. Das musst du mir zeigen. Also für das erste ist schon Flimetten. Hey! Dann schnappst du dir... Vincenzo will sein Geld haben! Und richte Vincenzo bitte folgendes aus. Ti pago, a pena que me laschien pasches, tronzo. Capito? Capiche. Ah, 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 liegen lassen, mein Freund. Pass auf, du hast Glück. Ich bin heute ziemlich gut drauf. Du bekommst eine Anzahlung. Und jetzt mach einen Abflug. Oh, scheiße, okay. Das war knapp. Das war nämlich auch meine letzte Fugel. Gut, hier wird gleich relativ unruhig. Ich glaube, ich mach einen Abflug. Ja? Kannst du mir mit dem Händchen noch einen Gefeind tun? Warte, klar. Pass auf. Das Ding hier, das hat meinen besten Freund gehört. Das wäre cool, wenn du drauf auffassen könntest, bis ich wiederkomme. Okay, ja, ja, weiß. Pass auf. Das ist mein Trick, den zeige ich dir. Dein Schaden soll es nicht sein. Versteck das einfach unter einer Diele. Danke. Ich komme in ein paar Monaten irgendwie wieder. Falls du bis dahin nicht mehr hier sein solltest, keine Angst, ich finde dich schon. Und nicht anpassen, am besten. Das ist gefährlich. Also, ich sag dir, ich bin in Guantánamo, Mexiko, Mallorca, irgendwo. Ich melde mich, ich schicke dir eine Postkarte, nee, ich schicke dir keine Postkarte. Ein bisschen gefährlich. Und, äh, ja, okay, wir sehen uns, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Musik Musik